Hallo und willkommen zu einem neuen Format und zwar ist dies eine Mischung aus dem Format dem Mountain Blade, Warband, Clash of Kings, Let's Play und dem Game of Talk Format. Wir mischen das Ganze mal, weil beide Formate relativ gut ankamen und ihr auch ja, fleißig kommentiert habt und das anscheinend gut fandet, haben wir gedacht, wir mischen die Formate einfach und das ist erstmal die neunte Folge sozusagen und dort bauen wir uns erstmal einen Charakter. Genau. Ja, der Sultryl ist natürlich wieder dabei. Genau. Weil der gehört ja damit dazu. Ja. Und ab der nächsten Folge gibt es dann ein Review für die neue Folge von Game of Thrones. Diese Folge ist jetzt sozusagen nur, wie ihr stellt den Charakter. Wenn ihr die Review sehen wollt, einfach eine Folge weiter drücken. Am Ende blende ich das eigentlich auch nochmal ein, die nächste Folge. Ich hoffe, du es machst. Wenn nicht, müsst ihr es irgendwann an der Seite suchen. Da ist es auch. Gut, jetzt aber bevor wir zu viel labern, den Ding war los. Wir wollen einen männlichen Charakter haben. Was wollen wir denn als Vater einstellen? Wir wollen ja einen Krieger nehmen eher, ne? Jetzt keinen Händler. Ich kann aber die Standortstellung behalten, das ist am einfachsten. Wäre auch eine Möglichkeit, ne? Page. Was ist denn das nochmal? Mein Englisch mal wieder. Knappe. Knappe. Das ist gut. Personal Revenge. Ach, das passt eigentlich zur Game of Thrones, ne? Jetzt mal Personal Revenge. Äh, Wanderlust finde ich gut. Das ist das. Das könnte ich nicht mal übersetzen. Es gibt kein englisches Wort dafür. Das ist ein Faktor-Jetpack. Und ich werde hier wieder von Leuten, ich werde mich nächstes Mal bei Skype offline stellen. So. Skype. Bei Steam. Manchmal bei Steam. Manchmal bei Steam. Das ist ein Unterschied. So, dann legen wir los. Ja, wir unseren Charakter erstellen. Realistik. No. Ach, eigentlich können wir realistisch machen, ne? Hoffentlich schmiert er dann nicht weg, aber eigentlich müsste es dann realistisch sein. Oh, das sieht, die Aufnahme läuft. Da habe ich gerade noch mal kurz rechts rüber geschaut. Namen. Das ist eine gute Frage. Navan. Haus. So, du bist jetzt offiziell der Hausname. Okay. Schön. Du darfst dich jetzt freuen. Haus Sultrim. Aber du musst doch nicht Haus schreiben. Ach, muss nicht. Ich höre dir auch viel Haus. Ach, jetzt kann ich es nicht mehr. Wie erinnere ich das? Du kannst jetzt zurückgehen. Ach, ich kann einfach draufschreiben, ne? Ja, gut. Lavan Sultrim klingt irgendwie komisch. Du kannst Lavan Hans Sultrim. Das ist fast wie Haus. Nein. Nein, ich würde sagen Lavan Sultrim. Dann ist das Haus Sultrim. Das klingt gut. Nein. Aber egal. So, weiter. Ich habe jetzt keinen Bock, mich mit Namen zu beschäftigen. So, Stärke. Ja, Stärke. Hau die Stärke hoch. Wir wollen Stärke ein bisschen haben. Volle Stärke. Volle Stärke. Intelligenz. Charakter. Charakter ist wichtig. Volle Stärke. Ja, ha. Volle Stärke. Intelligenz noch ein bisschen, damit wir ein bisschen was haben. Iron Flash auf Max. Iron Flash ist Waffen, ne? Nein, dass du weniger Schaden bekommst. Power Strike auf Max. Power Strike auf Max. Und dann Trainer. Trainer auf Max. Max. So, dann haben wir es. Womit kämpfen wir wer? Also, ich habe letztes Mal mit Einhandwaffen eher gekämpft, ne? Einhandwaffen. Einhandwaffen ist, glaube ich, auch das Stärkste, was wir haben. Und ein bisschen noch auf Fernkampf vielleicht. Nein. Fühlt sich anstrengend. Ja, kriege ich eh nicht hin. Paul Arms sind Lanzen. Ja. Das wäre noch ganz sinnvoll. Dann haben wir hier auf Ronit und Paul Arms. Dann haben wir es eigentlich schon. Und können dann gehen auf Done. Das wird keine lange Folge. Aber wir wollten uns jetzt auch nicht stundenlang mit dem Charaktererstellung beschäftigen. Skin. Was haben wir denn hier? Ja, wo kommen wir denn her? Ja. Das ist ja eher so ein klassisches Nord-Skin. Ja, das ist kein Skyrim. Naja, aber ich meinte jetzt ein bisschen heller. Das sieht aber eher nach Norden aus, finde ich. Wenn man auf Norden kommt. Das sieht ein bisschen nach Gamer aus. Gut, das auch. Blast mit Augenringen. Und den finde ich auch gut. Das sieht aus wie Serious Snape mit zu viel am Make-up. Nee, keine Ahnung. Irgendwas. Randomize. Oh, wir sind, nein, Targaryen. Wir sind Targaryen. Das ist Targaryen? Nein, nächste. Das war Targaryen. Oh, wir sind Targaryen. Cool. Cool. Der geheime Targaryen-Sohn, den keiner kennt. Genau. Den ist, wollen wir den, den gelben Targaryen-Sohn nehmen? Spoiler. Der kommt doch auch nicht mehr vor, oder? Der wird auch nicht mehr vorkommen, aber. Deswegen. Aber kein alter Knacker. Haarfarbe. Wo können wir den Haarkolor da? Aber die müssen weiß sein, weil Targaryen. Ach, die müssen. Ach, die sind weiß. Ja. Warum hat dann Daenerys blonde Haare? Weil die sich nicht genau an das Buch gehalten haben. Ach, okay. Eigentlich müsste sie weiße Haare und lilane Augen haben. Aber sie hat gelbe Haare und blaue Augen. Gut. Naja. Kann man von halten, was man will, aber im Endeffekt ist es ja eigentlich. Haben Targaryen so ein Bart? So sieht der aus wie so ein, äh, denkst du, ist das Traki, finde ich? Irgend so ein, oh mein Gott, der Backenpart. Mein Name ist Linke Targaryen. Okay. Ich bin amerikanischer Targaryen-Präsident. So, ähm. Das sieht irgendwie so aus wie hier, das hier sieht aus wie von Dings hier, von Junge. So ein Feuer, aber Junge. Hier, kennst du doch. Mit so, nein, wir nehmen keinen Bart. Okay. Wir sind jung. Jung und naiv. Ach nee, das war ein Kanal. So, ähm. Puh, hier müssen wir eigentlich nichts umstellen, ne? Nö, dann. Dann. Wir sind ein Targaryen. Aber das wäre doch unrealistisch, wenn wir ein Targaryen im Haus sind. Nein, lass uns mal was anderes nehmen. Ey, bitte, bitte, bitte. Ich will kein Targaryen sein. Ja, halt und sei langweilig. Gut. Neh, nehm mal sowas, oder? Hatte zu viele Augenringe. Das würde ich sagen. Ja, gut. Weiter dann. Braune Haare? Nein, mir egal. Du bist doch nur sauer, weil ich kein Targaryen noch war. Das ist vollkommen egal. Aber lange Haare ist, glaube ich, realistisch, sowas. Ja. Nehmen wir. Ja, das ist unser Charakter, unser Lava Zultrim. Ewischer Name. Sehr kreativ. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir auf Done. Und dann geht es gleich los mit der ersten Folge. Oder wollen wir diesen Anfang noch alles in die 0. Folge reinnehmen? Das war im ersten Folge mit dem Review beginnen. Ist doch nicht besser, ne? Nein. Nein? Doch. Mir egal. Mann. So, also wir sind, wollen wir es kurz erwähnen, was wir machen? Wir haben es letztes Mal schon gesagt, aber für alle, die neu einsteigen. Wir haben einen Händler und seine Familie getroffen, der von Storm's End reist. Oder nee, nach Storm's End? Nach Storm's End reist. Wir treffen auf einen Banditen. Continue. Genau. Und auf der Reise zum Schluss kurz vor Storm's End oder in Storm's End treffen wir auf einen Banditen. Kontinu. Eigentlich Reaping Tower, aber egal. Ach, wir sind in Reaping Tower, genau. Und dann treffen wir auf einen Banditen. Hey, was eine Überraschung. Das ist noch nie passiert. So, wer das alles so ein bisschen ausführlicher haben will, könnt ihr euch die erste Staffel angucken. Mehr oder weniger, wenn ich die erste Staffel nennen soll. Also von dem Let's Play. So, kommt her, ihr beiden. Oder der eine, ist ja nur einer, ne? Das ist nur einer. Ach, kacke. So, geblockt man. Genau, ein bisschen Steuerung noch. Ich habe es lange nicht mehr gespielt. Aber. Hat auch geblockt. Oh, ich habe erst geschlagen. Ach, komm. Ich darf den schlagen und dann schlage ich zu. Du machst das wahnsinnig kompliziert. Ne. Ach du, ich könnte auch einfach draufhacken, ne? Ja. Gut. Ja, ich wollte jetzt... Solange du triffst. So, jetzt. Gut. Was passiert eigentlich, wenn man hier stirbt? Dann kommt der Typ und nimmt dich mit in seine Wohnung. Ah, okay. Du kriegst das Gold nicht. Ist das noch einer? Ach nee, das ist er. Das ist der Händler. Das ist der Händler. Geht es dir gut? Ich habe einen Kampf gesehen. Deswegen werde ich dich jetzt mit in meine Wohnung nehmen. Und auslauben, weil ich ein Händler bin. Und nur auf Profit aus bin. Es gibt nicht alle Händler, du mies. Es gibt auch nette Händler. Zum Beispiel Osbert Klerk. Das ist ein netter Händler. Kommt der eigentlich aus... Nee, der kommt aus dem Händler. Ja, kommt der reiß rum. Los. So. Der Merchant Take-Dich... Take-Dich. Nimmt dich mit nach Hause. Und zu Hause guckst du dir das mal um. Und willst du einfach mit ihm reden. Das werden wir auch tun. Wir sind also in dem Haus des Händlers. Können wir uns hier erstmal umschauen. Kloblochbuch. Aufrecht. Aufrecht. Kann man nicht mitnehmen. Nee, leider nicht. Dabei hat sich da was ein bisschen verbessert an der Grafik. Nicht wirklich. Ich habe es ja nicht so gut in Erinnerung gehabt. Also, ich finde sie gerade gut. Eigentlich sogar. Für das Alter und das Spiel. So. Dann lass uns mal mit F, ne? Ja. Gut. Lass uns seine Positionen erklären. Oder wie nennt man das am besten? Sein Vorschlag. Sein Vorschlag. So was. Ja, was sagt er uns jetzt? Er will woanders hin. Sollen wir mitkommen. So weiter. Ja. Außerdem will er uns was sagen. Genau. Und wir sagen, oh ja, wir bleiben hier. Genau. Genau. Und jetzt geben wir Geld. Sehr gut. So, jetzt brauchen wir den Typen nicht mehr. Jetzt können wir abbauen. Genau. Tab. Tab. Jetzt können wir hier auch rausgehen aus so den Dings. Und damit beenden wir die Einführungsfolge. Macht's gut. In der ersten Folge gibt's dann auch gleichzeitig die erste Review. Zur ersten Folge. Darauf wartet ihr bestimmt schon. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.